Musik Mein Name ist Konstantin Eckert. Ich bin Künstler, Gartenarchitekt und Kommunikationswissenschaftler. Wir drei, Carina, Abby und ich, wir starten das Projekt Mehr vom Garten. Wir packen die Seele des Gartens in einen Karton. Ich bin Elisabeth Kurz. Ich habe Gartenbau in Hannover studiert und bin bei uns zuständig für Nachhaltigkeit und Ökologie. Hallo, ich bin Carina Darmke. Ich bin Staudengärtnerin und stelle hier für unser Projekt die unterschiedlichen Stauden-Pakete zusammen. Ja, und habe ebenso in Hannover Gartenbau studiert und bin Gartenbau. Wir kommen aus dem Garten- und Landschaftsbau und haben seit jeher ganze Gärten entworfen und entwickelt. Und unser Schwerpunkt dabei ist das einfühlsame Plan dieser Gärten auf die jeweiligen Persönlichkeiten. Und wir haben uns überlegt, dass wir die Seele, dass sie sich konzentrieren auf die Persönlichkeit, auf Pflanzen reduzieren können. Und somit haben wir 30 Pakete entwickelt, die auf unterschiedlichste Persönlichkeiten abgestimmt sind. Und dafür haben wir Kollektionen entworfen. Es gibt große Pakete und kleine Pakete. Kurz gesagt muss man sagen, dass ein großes Paket bezogen ist auf eine Bepflanzung von etwa 2 bis 3 Quadratmetern. So kann man modulartig sich die Pflanzflächen, die man im Garten hat, in Einheiten von 2 bis 3 Quadratmetern bestücken. Es gibt auch ganz kleine Pakete. Wir haben ja auch Verwendungsmöglichkeiten auf Balkonen, auf ganz kleinen Räumen, in Töpfen. Und dafür haben wir sozusagen die gleiche Produktlinie mit kleinen Paketen gestaltet. Also ich möchte meinen Garten zum Beispiel beplanen. Ich habe aber weder die Zeit noch die finanzielle Kapazität, einen Gartenplaner zu engagieren. Und diese Planung, die haben wir als Firma im Voraus schon erledigt. Wir haben zu bestimmten Themen eben diese Pakete zusammengestellt. Und wenn ich jetzt eine junge Mutter bin und einen Garten haben möchte, der für meine Kinder auch interessant ist, dann kann ich das Kinderpaket bestellen oder ein Bienenpaket. Oder vielleicht, wenn ich eben gerne an der Nordsee bin, das Syltpaket. Und kann einfach meinen Garten direkt so gestalten, ohne die große Vorarbeit zu haben. Für die Pflanzenpakete braucht man keinerlei gärtnerischen Vorkenntnisse. Es sind ganz einfach zu pflegende Pflanzen, die wenig Pflege bedürfen. Und man spart sich den Frust im Baumarkt oder Gartencenter. Entweder bekommt man gar keine Beratung oder man ist mit dem Sortiment überfordert. Und wenn man dann mit etwas nach Hause kommt und es funktioniert nicht, ist der Frust doppelt. Und das ersparen wir durch unsere Vorarbeit. Was ist das Besondere an unserem Angebot? Es gibt Staudenpakete auf dem Markt und wir haben uns Gedanken gemacht, wie kann man so Themen wie Sehnsucht, Fernweh, Orte, an die man noch reisen möchte oder die man schon bereist hat, auf ganz einfachem Weg in den eigenen Garten holen. Wir möchten das Projekt bankenunabhängig finanzieren und suchen deshalb euch und alle begeisterten Gartenbesitzer. Das Projekt soll starten im Frühjahr 2021. Wenn ihr uns unterstützt, dann bekommt ihr zum Beispiel eines unserer tollen Pakete. Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Ökologie sind uns super wichtig. Gärten und Pflanzen sind aktive Klimaschützer. Unsere Kartons sind kunststofffrei und aus Recyclingpappe und wir wollen unseren Beitrag zum Umweltschutz damit leisten. Innerhalb von wenigen Wochen werden aus diesen Pflanzenbabys die Juwelen in diesen Kartons. Untertitelung des ZDF für funk, 2017